Was ist das Universalwissen? Mir war immer klar, dass dieses Universalwissen und diese Universalmethodik, die ich sozusagen auf alles anwende, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und gerade in den letzten Jahren beobachte ich, dass sich das erfolgreich gedreht hat, dass man in vielen Fällen als Unternehmen sich lieber die Experten sucht, die einzelne Themen besonders gut können und die dann nur sehr, sehr kurz und sehr, sehr kurzfristig beschäftigt. Das mache ich seit Jahren so, weil ich in gewissen Bereichen Cybersicherheit, sichere Infrastrukturen, Digitalisierung, Expertise habe, dass ich die so verwagte, weil ich auch gar keine Zeit oder gar keine Lust habe, mich zu lange in einzelnen Kundenprojekten zu beschäftigen. Und diese Lücke, aus meiner Sicht eine große Marktlücke, stößt jetzt Get Your Expert, indem sie sozusagen ganz kurzzeitig, manchmal nur für ein Interview oder für einen Workshop, Experten vermittelt, die dann sozusagen einem Unternehmer, einer Unternehmerin oder einer Organisation das nötige Know-how liefern, sozusagen um das eigene Wissen dann besser vermarktbar zu machen. Und da sehe ich eine große Zukunft drin. Deswegen bin ich natürlich gerne als Experte dabei.